Grüß Gott, moin moin, hallo zusammen. Ich bin der Uwe Fischer, Geschäftsführer der Neumöller Elektronik GmbH. Lassen Sie sich inspirieren und bekommen Sie Einblicke in unser großartiges Unternehmen. Kommen Sie rein. Traditionsreich und inhabergeführt sind wir seit mehr als 65 Jahren einer der führenden Design-In-Distributoren für elektronische Bauelemente und Systeme im Industrie- und Leitingssektor. Als markt- und innovationsorientierter Distributor mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum bieten unsere Zentrale in Weißendorf, unserer Niederlassung in Ahrensburg und unsere Vertriebsbüros in Dortmund, Berlin, München und Linz nicht nur direkte Kundennähe, sondern auch die besten Voraussetzungen für eine schnelle, flexible Reaktion auf alle relevanten Veränderungen im Markt. Passgenaue Lösungen, tiefes Branchenwissen, individuelle Beratung und ein starkes Team, das immer auf dem neuesten Stand ist und auch gerne einmal über den Tellerrand schaut, zeichnen uns aus. Darauf können Sie sich bei Neumüller Elektronik verlassen. Wir sind Profis von der Produktidee bis hin zur Serienfertigung. Komplexe Prozesse sind gesichert, lückenlos und aufeinander abgestimmt sowie gemäß ISO 9001 zertifiziert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Lighting und eigenem LED-Kompetenzcenter entwickeln wir für Hersteller von LED-Beleuchtungen technisch sowie wirtschaftlich optimierte LED-Module und Systeme. Ob farbverändernde Konzepte oder Sensorik jeglicher Art für intelligente Beleuchtungsregelungen, wir liefern von der Idee über qualitativ hochwertige Beleuchtungskonzepte und EMS-Dienstleistung passgenaue Lösungen mit höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Schnelle Bemusterung, kurze Lieferzeiten, effiziente Logistik und Serienfertigung sind für uns kein Problem. Neben den Bereichen Elektromechanik, Kabelkonfektion, Stromversorgung, High-Rail-Bauelemente, Schutzschalter, Signaltechnik sowie industriellen Speicherlösungen liegt eine weitere Kernkompetenz von Neumüller Elektronik in der Optoelektronik. Hier können wir eins der breitesten Produktportfolios auf dem Markt vorweisen und haben uns insbesondere bei Infrarot- und Sensorikkomponenten sowie sichtbaren LEDs einen guten Namen gemacht. Neben der breiten Auswahl an Standardkomponenten bieten wir auch hier mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Know-how individuell abgestimmte Lösungen einschließlich komplett applikationsspezifischer und komplexer Optoelektronischen Komponenten, Modulen und Systemen. Kundenzufriedenheit, Vertrauen und wirtschaftliche Mehrwerte sind wichtige Grundsteine für unsere Erfolge. Unsere Mitarbeiter jedoch der wichtigste. Denn nur mit zufriedenen Mitarbeitern bekommt man zufriedene Kunden. Langjährige Arbeitsverhältnisse sind bei uns nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Prägend für unser Unternehmen ist der Team-Spirit, welcher durch gemeinsame Firmen-Events, Betriebssport und innerbetriebliche Schulungen gefördert wird. Wenn Sie einen starken, kompetenten und verlässlichen Partner suchen, sind Sie bei Neumüller Elektronik richtig. Treffen Sie uns auf Messen, Kongressen und Roadshows oder nehmen Sie an einem unserer Webinare teil. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.